Guten Morgen. Oh mein Gott, ist das laut. Ey, ihr seht es, ihr seht es. Clash Royale. Ähm. Ich hab gesagt, ich mach's nicht mehr. Ist langweilig. Und ich weiß nicht, was ich spielen soll, weil ich in allen Spielen jetzt gerade warten muss. Ich war schon lange nicht mehr da. Ähm. Wir öffnen erstmal jetzt die erste Kiste. Okay. Ja. Warte mal, kann ich jetzt nicht tonneweißig Kisten öffnen? Ne, okay. So, äh, was gibt's denn hier eigentlich so im Shop? Äh, episch. Äh, Skelettarmee. Hab ich die nicht schon? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Äh, Skelettarmee. Warte mal, hab ich echt nicht. Vielleicht mal kaufen. So. Das hat sich halt richtig hart was verändert hier. Das ist krass auf jeden Fall. Das ist, ähm. Äh, möchtest du ein Trainingskampf... Das gibt es? Hinweis im Ausbildungslager bekommst du keine Truhen, ja, und... Wir erst mal machen. So. Auf jeden Fall sind die Ladezeiten länger geworden, das... Äh, kann da... Okay, doch, das kann natürlich auch sein, dass, äh... Ich hier nebenbei noch was runterlade und das dadurch... Ich kann ihn jetzt nicht lauter stellen, weil ich den Soundtrick von Handy abcapture, oder wenn der Sound scheiße ist, dann werde ich das natürlich im nächsten Video nicht mehr machen, aber... Da, das Handy, äh, den Sound vom Spiel und, äh, den Sound von, ähm, von mir, so, ne, Spiel, Handy, kommt alles auf eine Audio-Schwur, wenn ich das eine Mühle so müde, ich auch mich selber. Ja, und das will ja keiner, ähm, und von daher, ja, es ist alles toll. Also, ähm, das ist hier gerade auch komisch. Ich bin natürlich kein echter Spieler, das merkt man natürlich an, also guck dir das mal an. So würde kein echter Spieler sich verteidigen, wenn ich zu sein. Ähm, also mir kein Bekannter zumindest. Äh, ja, es ist... Äh, wirklich, wirklich komisch, mal nach so einer langen Zeit, mal wieder in Clash Royale reinzugehen. Ähm, und von daher, ja, es ist... Bisschen krass, auf jeden Fall. Ich guck euch mal, wie es in unserem Clan vor allem aussieht. So. Ja, komm, lad das bitte. Ähm... 99, ne. 47, na, alter Vater. So, dann tippen wir mal was ein, hallo. Ah, das ruckelt schon leicht, ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Das schreibe ich auch so. So. Ähm... High Senden. High Senden. Ah, ne, es ruckelt gar nicht, ich hab nur nicht auf Senden gedrückt. Äh, wie komm ich denn jetzt... Äh... Wie komm ich denn jetzt... ...kann mit... ...m... ...ah, hier. Mobile Gaming TV, oh mein Gott, ist ja hoch. Das ist echt, äh, krass. Gut an, dann werde ich mich dazu auch bemühen und, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video von mir. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020